ja hallo meine damen und herren willkommen auf einem hook bross flash vlog updates informationszentrum ja ich habe hier ein selbstgebautes rick dalton t shirt an ja wir waren ja letzte woche war das letzte woche in once upon a time in hollywood letzte woche am 14 wir waren in der preview tatsächlich und es ist ein geiler tarantino streifen aber dazu mehr später ich wollte nur ein kurzes ganz wichtiges update machen und zwar habt ihr schon auf hook bross nitro link ist ja unten immer in der video beschreibung gesehen dass tilo gose johann dabei ist bei unserem nerds of the dead overdrive projekt hallo ich bin tilo gose an hauptdarsteller in nerds of the dead overdrive auf patreon gibt es auch informationen dazu und ja er ist dabei die geile sau muss man mal sagen ist ist am start und ja es kommen noch einige videos videos von leuten die mitmachen sind alle noch in der mache kommen kommen so ich denke mal die nächsten ein zwei drei wochen kommt auf jeden fall immer was neues rein da seid gespannt auf das das wird epic was soll ich sagen ja auf patreon unten ist der link könnt ihr das ganze projekt unterstützen wenn ihr Bock habt und ja das ist geil tilo gose johann ist am start er kriegt eine rolle auf dem leib gezaubert hat damit dann wird es eine ja wenn ich das zusammen habe oder bin ich ja seine beste rolle seine beste rolle ja seine ja mario nennt sich die rolle ja er spielt eine gespaltene persönlichkeit und es wird die rolle da wo also die die gespaltene persönlichkeitsrolle nenne ich das die wird ja interessant ich bin gespannt ich bin wirklich gespannt wenn das projekt zustande kommt dann könnt ihr euch freuen das wird ja ein meilenstein in allen in allen bereichen in allen bereichen und ja patreon durchgucken da wird jetzt immer ab ab und zu bei mehr informationen ein drop fällen und ja das wollte ich dazu sagen und once upon a time in mexiko wollte ich schon wieder sagen hollywood geiler streifen abgefahren was ganz anderes von tarantino muss man sich mindestens zwei bis drei mal angucken und ja was soll man sagen brad pitt leo das war's ich sagen und ja das war eigentlich ein kleines update ja guckt auf bei operos und rito vorbei das video an und patreon und wir tun jetzt mal hier pushen wir pushen mal absolut werden die pusher das war's euer hut euer hazard bis dann klasse die 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 Vielen Dank.